In Reichelsheim Pfaffenberfurt im Udumwälder Gersprenzteil wurde ein neun Monate altes Schaf gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Nachdem bislang Unbekannte ein neun Monate altes Schaf von einer Weide in der Krummbacher Straße gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Die offensichtlich zu vielen Delikatessen-Liebhaber verschafften sich zwischen Freitagnachmittag, ein und 20.10. und Samstagmorgen, 22.10. Zutritt in die umzäunte Weide. Dort hatten sie es auf ein braun-weiß geflecktes Schaf abgesehen, welches sie im Anschluss entführten. Das Schaf trägt den Namen Mathilda. An den Uhren des Schafs waren zum Zeitpunkt des Diebstahls zwei Ohrmarken mit der Nummer DE 0106 10 49 94 81 angebracht. Dass das Tier aus dem Gehege ausgebüxt sein könnte, schließen die Ermittlerinnen und Ermittler nach jetzigem Kenntnisstand aus. Wer zum Sachverhalt oder zum Aufenthaltsort des Schafes sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Erbach unter der Rufnummer 0606 29 530 zu melden. Gerüchten zufolge war ein Bauernfeind involviert.